Hallo meine Lieben, ich bin die Famara und heute bin ich mit zwei Kindern, mit dem Mika und dem Einer. Wir machen heute ganz verschiedene Sachen. Wir machen Sprünge, ein bisschen Klettern, ein bisschen Kicken. Zeig mal, wie kicken wir. Zeig mal deinen Superkick. Genau, den machen wir auch noch. Und so, die erste Übung ist das Radfahren. Wir setzen ab und nehmen ein bisschen das Velo in der Luft. Genau, dann die nächste Übung. Die zweite Übung ist ein Sprint mit Hochgenü. Dann als nächstes der Kletterer. Geht runter, zieht die Beine an. Dann machen wir das Kicken. Könnt ihr auch so. Und die letzte Übung, die fünfte Übung sind drei Sprünge. Wir fangen klein an, ein bisschen höher und dann ganz hoch. Genau, super. So, kurz haben wir alles durchlockern. Wir fangen auch auf dem Boden. Wir setzen schon mal ab. Genau, und jetzt fahren wir los. Genau wie Velofahrer. Die Hände sind hier auf der Seite. Könnt ihr euch abstützen. Und noch schneller, wenn es geht. Genau, ganz schnell. Wir fahren davon. So, und noch 5 Sekunden. Das schaffen wir. Noch schneller, noch schneller. Und wir haben es geschafft, die Erstübung. So, direkt aufstehen. Und jetzt geht es weiter mit einem Sprint. Und jetzt wichtig, die Knie ganz weit raufziehen. Ihr könnt auch die Hände hier abhalten. Oder die Hände mitnehmen. Wie wir nicht wollen. So. Ihr zwei sind schon bereit. Mal alles durchschütteln. Okay. Und jetzt sprinten wir los. Noch schneller. Genau. Wer kann sich noch dabei, bitte bewegen. Genau. Schnell, schnell, schnell. Und jetzt Knie hochziehen. Super. Und noch 5 Sekunden. Und 3, 2, 1. Und wir haben es geschafft. So. Tief durchatmen. Genau. Und jetzt kommen die Kletterer. Wir gehen wieder auf den Boden. Ich zeige es euch von der Seite. Okay. Da ist wichtig, die Knie auch wieder anzuziehen. Nicht den Po zu weit oben haben. Ganz fest den Bauch anspannen. Okay. Und es geht los. Und die Anziehen. Genau. Sehr gut. Bravo. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Und jetzt nochmal Vollgas. Hopp jetzt weiter unten. Genau. Bravo. Und wir sind fertig. Sehr gut. Ist es jetzt anstrengend gewesen? Nein. Okay. So, jetzt kommt das Kick. Ist das deine Lieblingsübung? Einer? Ja. Was ist deine Lieblingsübung? So. Kicken. Ihr könnt auch die Hände da haben. Und es geht los. Genau. Kicken. Kicken. Oder die Hände da. Und fest. Fest. Wie vorher. Genau. Und hoch mit den Beinen. Sehr gut. Fünf. Und noch drei. Zwei. Eins. Aus. Und fertig. So. Jetzt kommen noch ein paar Sprünge. Ich hoffe, eure Beine mögen noch. Wir fangen klein an. Dann ein bisschen höher. Und am Schluss. So hoch wie ihr könnt. Genau. Zeig mal deinen höchsten Sprung. Und rein. Wow. Und rein. Sehr gut. Okay. Und es geht los. Klein. Ein bisschen höher. Und ganz hoch. Und klein. Ein bisschen höher. Und ganz hoch. Und nochmal. Eins. Zwei. Drei. Und eins. Zwei. Und hoch. So. Wir haben es schon geschafft. Bravo. Bravo ihr zuhause. Sehr gut. Und wenn ihr noch nicht genug gehabt habt. Und jetzt. Dann findet ihr auf unserem Kanal ganz viele andere Videos. Auch etwas für Bauch, Ähren, Rücken, alles Mögliche. Und wir wünschen euch viel Spass. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.